Als wenn die jetzt älter machen, das kann ich nicht, also das sollten sie nicht schaffen dürfen. Boah, die macht's halt schnell, ne? Ja. Das Spiel haben wir, spielen Lux Morgana. Morgana ist gebannt. Spielen Lux Brand. Ganz einfache Angelegenheit. So, Junge. Fertig ist der Aal, Alter. So. Komm Junge, jetzt Fokus hier, Alter. Wir müssen, müssen das jetzt nicht machen. Warte mal ne Kuh rein. Hello. What? Okay, ich setz halt komplett ins Nevada-Ding. Ich weiß nicht, dass es trifft, ich muss flashen. Ähm. Hab ich. Oder du? Hab ich, Alter. Den kam als wenn. Aber was schön ist dann, Alter. Boah, das haben wir eigentlich so kacke gespielt. Pass doch mein Herz nicht mit, Alter. Na, wenn die jetzt noch länger bleiben. Was die nicht tun werden bestimmt, aber... Oh doch. Lass die mal bitte jetzt töten. Ohne Scheiß. Hier, rauf da. Rauf da, rauf da. Die haben nischt nicht mehr. Boah, ich treff halt nischt. Aber ich bin tot. Boah, er flasht halt noch. Treff halt grad nischt ab. Ja, Autotacks schon auch weh, Gott sei Dank. Ja, ist okay eigentlich, weil sie kriegt wieder bei den XP. Kommt da erst das Garner gleich? Ich glaube tatsächlich, den will ich alleine machen. Kann er auch. Glaube ich nicht. Minions der tankt die ganze Zeit. Ja. Ach. Alter, nimm mal raus da. Jume. Die Minions, nimm mal wilds getrollt, oder? Die Minions. Sag ich ehrlich. Die haben noch ein bisschen rumgetänzelt. Hab ich mich ein bisschen nervös zu machen. Ja, ist echt so, Alter, die Mistviecher. Ich hab ne Ult reingeschmissen, die haben ganz gut kassiert. Hä? Der hat nicht getroffen, ey. Deswegen sag ich ja, irgendwas ist ja nicht so gegangen, wie es sein sollte. Die Kale Ult war geiler, das ihr gesehen? Ne. Die war halt, äh, die war ne, die waren ne ziemlich low und die Kale hat sich geult, und dann hat der Skarner mit die, die in der Kale Ulti ins eigenes Team gezogen. Und hat damit seine Teammates gekillt. Okay. Bin so gesehen, dass die Serien Ulti halt... Oh, hier, komm, bitte. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaann. Man, Dekka. Boah! Oh-ho-ho! Fuck, der Teamfight war so geil, hat ihn richtig gestört. Pass auf, Junge, der ist schnell wie Sau, wenn der Predator aktiviert. Äh, wie war das? Und zum Glück treffe ich alle. Zum Glück kann er einfach trotzdem. Ich hab meine Ulti noch rausgekriegt, die Bounce-Snipe, die Annie, glaub ich. Oder? Ach stimmt, war auch einer von denen, wirklich. Ah doch, ne? Ist doch dort. Er wollte ich doch ja nicht. Ist er? Oh nice. Sorry for the update you. Ja, ich mach Ultradamage, Alter, ist schon wieder ganz geil da hier. Hilfe? Ich komme. Und gleich da. Ja. Mein Bbw trifft nicht. Peace off! Ah, ich hatte jetzt nicht so viel Kult noch. Mann! Alli hat mich auch komplett verkauft für die Annie, Alter. Ich hab jetzt auch ein Problem. Das ist mal halt was dann wohl mit der. Wollen wir jetzt in 40. Wollen wir noch schaffen. Okay, gut. Hä? Hä? Ah! Jungs, flashen die alle für mich? Die dürfen für mich alles, Alter. Können mich ja gar nicht leiden. Ja, und Gals Warden. Hm. Wir irgendwie Barren Warden, geht das? Oh, hier hinter uns. Hier kommt Topline. Ist mit? Das ist gar nicht gut, was die da machen. Das ist Baroness, wenn die Dings killen. Das sieht sehr so aus, wenn sie den killen. Oh, ja. Ich hab da keine Ult gehabt. Fuck, Alter. Das ist schon wieder so ein Game, Alter, wo ich Krise kriege. Ja, nimm halt mich, wenn ich noch so nirgends, Alter. Na wohl. Wird dann doch über der Wand gewonnen hat, ich hab das jetzt gesehen. Nice. Ich muss mich das Ding killen. Oh, ja, ja, ja. Gewinnen wir das, wir gewinnen das. Nice. Jawoll! Wuhu! Gestern Face. Kann ich mal sterben, bitte? Spiel den mal, komm. Rimm mal, Junge. Die Leute drin? Alter, das ist ja eigentlich hier noch. Äh, die XH hat einfach gerade den Graves gewonnen hitted. Digger, der wurde der Graves übelst ausgeschaltet von der XH. Digger, das Game ist schon wieder so überladen. Das ist so dumm. Die machen Barren jetzt auch, ne? Super Sache. Mordecaiser push top. Alle töten, glaub ich. Die ist wieder 18. Die tut richtig weh. Ja, die auch. Mann, Alter, wir sind auch so dumm, dass wir da hinterher rennen. Ja, die Steen bringt, ach, Mann. Ja, wenn er verloren ist, ne? Oh. Ja, Mann ist so ein Bullshit. Der kann das deffen, wenn er full live ist. Der mit der Kayle zusammen mit der Kayle ult, kann er das deffen, Alter. Ja. Aber, der muss sich halt beeilen auch. Digger, Kayle ist so lost. Jetzt ulti ihn, Kayle. Ulti ihn, Kayle. Ulti dich. Mach irgendwas, Kayle. Area. Der Gravesit? Ja. Er lebt noch. Sehr gut. Ich bin an 10 wieder da. Nice. Wave clear. Der Skada ist tot. Also wir müssen jetzt pushen und dann Elder machen. Dann Elder machen. Ja. Komm schon. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wenn die die... Ne. Aber Elder kann man machen, oder? Als wenn die jetzt Elder machen. Kann ich nicht... Also das sollten sie nicht schaffen dürfen. Boah, die macht's halt schnell, ne? Ja. Arschlecken! Digga! Oh! Ich pushmitte. Werfen die das... Machen ist alleine da? Ja. Bin völlig fertig mit den Nerven, Junge. Er ist geroutet dann, ne? Sollt ihr nochmal. Ein bisschen Damage rauskriegen. Das Tower machen, Tower machen, Tower machen. Scheiß drauf. Ja, ja. Alles gut. Sag ja nur. Ich mach ja ganz entspannend. Gold. Going golden. Ja. Voll gemacht, Mordeca. Ja, Junge. Das ist dein bester eindreckiges Wichs-Game gewesen, Alter. Pfff. Easy. Schreibt der die Sinn rein, ey. Das ist... Besser wird's nicht, Junge. Sag ich ehrlich. Besser wird's nicht. Alter, das Game war so pain, ey. Alter, mein ist pain. Lieber zwei Damen im Arm, als zwei Arme im Darm. Denkt drüber nach, heute. Werbsau. Tod. Hebern. Oder. Weg hoch. Diem im Darm. Diem im Darm.